vielleicht sollte ich doch hier mal kurz raus geht hier geht es definitiv weiter benutzen die ganze gruppe darauf die generation gegen die schon wir haben was gekauft wird uns die betonics kaufen sollen das elixier werde ich für christin benutzen ich glaube es ist auch schon soweit ich werde es benutzen müssen das ist jetzt nicht verkehrt glaube ich ansonsten wird es ein sehr schwerer kampf lebung ha alle ausgeglichen so und ich glaube es ist auch nicht verkehrt wenn ich hier den schwarzen schlag mache so wasser war das angriff auf einigen gegner versuchen wir es mal kritisch geil der erstes hinüber der weist aus und der hat leider 11 ok 11 ist nicht sehr wirkungsvoll da muss ich jetzt ein bisschen testen doch noch vielleicht kritisch geil das ist immer geil 29 das ist definitiv besser aber vielleicht funktioniert ja feuer oder eis besser das möchte ich auch testen wie soll ich das testen können wenn du ausweichst na gut hinüber also donner ist schon mal effektiver als wasser zwei küken die grafik aber wieder alle normal an das sollte ausweichen vollkommen auch geil hat keine 27 lebenspunkte aber 16 zwischen 16 27 und tot geil sind in ordnung wie viel 819 viel auch schon geil zwei tücken sind nicht schlimm finde ich vier schaden macht die christine jetzt schon so die braucht doch viel weniger erfahrung als die christine um level 9 zu erreichen krass kein wunder dass sie eingeholt hat wenn die weniger erfahrung braucht ein einzelner wurm erscheint ja okay da kann ich wenigstens testen die tippisch 21 donner ist effektiver aber es ist effektiver als wasser so hier nein ein einzelner wurm wieder dann kann ich jetzt feuer testen und 18 donner ist das am effektivsten dann bleiben wir bei donner aber jetzt greifen wir normal an das sollte ausreichen ja christina level 9 erreicht und erde gelernt geil fähigkeit erde kostet 4 erdangriff die testen wir auch noch mal ein wurm erscheint erde und 18 nein wir bleiben bei donner donner kann ja auch leben ich glaube aber es ist in ordnung wenn ich jetzt nur noch normal angreifen das sollte ausreichen glaube ich aber knapp nicht beim nächsten mal reicht es noch mal reicht es aus ja und ein angriff das erfahrung 15 fila hat es da vielleicht nein ok schade hier irgendwo 33 würmer schwarzer schlag donner angriff ausweichen aus nein alex ist gelehnt nur noch sechs magie punkte was donner es ist wichtig dass er stirbt griffisch geil das war echt gut gemacht amalia und der wurde geschafft warum ist es nicht länger schockiert amariel meine ich amalia vielleicht doch mal schocken und der stadt 32 geil das war elf schaden und einem 30 42 und er hat überlebt aber das überlebt jetzt nicht mehr 26 leben gegengifte halten drei kücken die sollten wirklich normal gehen ja stirbt schon fast angreifen und dann fertig und hinüber 60 fila da oben vielleicht nein nein ein einzelner wurm auch die können wir mit normalen angriffen töten ein einzelner wurm ist in ordnung da kommen jetzt weiter aus der müsste sterben tut aber nicht vermutlich war es der eine angriff von das team der jetzt gefehlt hat kattisch tot 15 fila ok nein ah wieder ein einzelner wurm und jetzt werden wir jetzt erfahren ob es der eine angriff war uns aber dem und ausgewichen und war es der eine angriff tatsache tatsache es war diese eine angriff gegengifte halten und ist das wollte ich nicht weitergeht und der eingeheingang haben wir bisher nicht gefunden schnell angriff geil dann können wir greifen jetzt zweimal an und das heißt finde ich super dann können wir einwurm gleich mal töten und dann ist es so als würden wir gegen einen wir haben nur noch kämpfen geil tatsache oh Mist alex ist gelehnt äh dann fehlt uns ein bisschen was dann mache ich doch donner wurde geschockt perfekt normale angriffe sollten reichen ach komm nicht ausweiten weil ich da zweimal aus hier ich hätte nur wenn man mal nur getroffen hätte das hätte gereicht ok drei würmer das ist nicht gut schwarz schlag donner und angriff so das sollte einen wurm töten hoffe ich na toll er weicht aus dann schützt er vermutlich doch nicht aber er wird geschockt zumindest am ariel ist gelehnt na toll so der müsste sterben nein tut er nicht wurde geschockt das ist gut ist nicht länger geschockt greift an du musst dich selbst teilen so und eine wurm der stirbt jetzt so und der wurm der stirbt auch gleich und und gewonnen einzig erfahrung 45 und zweimal gegengifte hatten am ariel hat level 9 erreicht an level 9 und tatsache alex braucht am meisten erfahrung um an level aufzusteigen am ariel am wenigsten so da möchte ich jetzt ach komm riskieren wir es ah toll und dann erscheinen da Würmer hey alle haben 44 leben oh na gut dann angriff nein du sollst nicht ausweichen geil alle ausgewichen so jetzt aber tot gut so ausgewichen die haben uns bisher nicht einen schaden verursacht außer magiepunkte eben von mir verloren acht punkte schon und jetzt zwölf zweiter tot ja den letzten können wir auch so töten dann sparen wir uns noch ein bisschen Mana auf du solltest nicht dauernd ausweichen der wurm also bisher wurde nur die ziehen einmal getroffen mehr nicht geil die fahrung 45 fila und ein gegengift ok hat jetzt nichts gebracht dann gehen wir mal hier runter aber die kamera geht nicht weiter runter das heißt ich vermute mal das ist auch nicht keine geheimgänge sein werden ich lasse einfach mal nach unten zu suchen einer ist tot die können wir auch nochmal töten so stirb nein jetzt weicht der aus reicht es reicht es nein der eine angriff oder nein es war mehr die 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 kristin hat schon 100 8 maler punkte insgesamt Oh, das wollte ich gar nicht. Ah, das ist eine Truhe. Ein Wurm. Töten wir ihn. Ja, wir machen noch mehr Schaden. Okay, Christine nicht. Und hinüber. Das ist hier vorhin 15 Fehler. Drei Tonnen, das ist geil. Zwei Würmer. Ein Donner. Geschockt, das ist toll. Und ausgewichen. So, ihr sollt den so töten können. Ja, perfekt. Wurde geschockt. Und stirbt. Wir haben keinen Schaden erhalten. Gegengifte erhalten. Wir haben so viel Gegengift. Wie haben wir denn schon? 24, krass. Okay, ich glaube, hier ist kein Geheimgang. Drei Küken. Die werden wieder so getüttet. So. Schritt gehabt. Ach komm, ausgewichen. Du krass da an. Und ihr da. Das reicht vielleicht, um beide zu töten. Ja, und? Nein. Oh. Toll. Ja. 60 Fehler. Ähm, ich sollte trotzdem den, den Tonic benutzen. Und jetzt ist es nicht mal mehr eine Verschwendung. Drei Küken erscheinen. Greift an. Du greifst mal da. Und du da. Und du da. Sollte... Nein. Ganz ausgewichen. Okay. Okay, du greifst da an. Du auch da. Und du greifst den da an. Japp. Oh, hat doch nicht gereicht. Ich hab gehofft, das würde reichen. Ey, weich hier nicht alles aus. 60 Fehler. Wie viele Fehler haben wir schon? 1000. Mehr als 1000. Geil. Wo ist dieser Geheingang? Drei, drei Würmer. Ach, du Scheiße. Ähm. Ja, das geht ja nicht. Ähm. Dann greifst du mal an. Du machst... Ah, die könnten ihn töten. Tonic. Du greifst an. Lähmung. Ach, ausgewicht. Zum Glück. Nein, der Mariel ist gelähmt. Du greifst an. Du machst Donner. Hals. Ja doch. Donner. Okay, der ist hin. Sind ja 13 Leben verloren. Alex möchte aus. Das ist gut. Einmal noch. Dann muss ich wieder angreifen. Außer ich benutze Äther. Das könnte ich machen. Ich glaube, ich benutze Äther. Jetzt benutze ich aber erstmal einen Tonic. Für Amariel. So, und jetzt Äther. Jetzt lebt er immer noch. Ich glaube, der ist jetzt dann tot. Doch nicht. Ich hätte gedacht, der wäre tot. Jetzt ist er endlich tot. Und der ist auch tot. So. Ähm. Dann wollte ich hier weiter sehen, ob hier irgendwo ein Geheimgang ist. Hm. Gehen wir links weiter. Drei Küken. Erstes Küken ist tot. Mann, die Amariel braucht wieder Leben. Ich habe aber nichts mehr. Ich müsste ein Zelt benutzen. Ich muss ein Zelt benutzen. Wir bräuchten alle mal ein bisschen Leben. Das ist nicht sehr gut. Geht immer noch. Wenn wir jetzt am Wilmer kommen, sind wir hinüber. Amariel hat Level 10 erreicht. Habe ich noch irgendwas? Engelstank ginge. Ich habe tatsächlich nur noch das Zelt. Wenn wir immer kommen, sind wir vermutlich hinüber. Ich riskiere es. Aber ich glaube, ich habe auf, nach diesem Geheimgang zu suchen. Wir könnten ja schreiben, wo ist das. Dann kann ich später nachsehen. Nein, nicht ausweichen. Ich glaube, der hat uns jetzt gar keinen Schaden zugefügt. Oder ich habe es nicht aufgepasst.